Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zurück zur Absturz Rock GTA Online Heißt Missionen Special Das heißt wir spielen Missionen Brems Badabums Musik So gut gehen wir wieder in unser kleines Hinterkirchen In der letzten Folge haben wir ein Flugzeug klauen Nööö Kommt ihr Dan David Hier lang So Uwe du schaust hier schon worum geht denn diesmal Watt schon mal Also pass auf Wir müssen Einen Gefängnis Bull Oh ne Oh na Oh na Na Alles klar Gefängnisbus entführen Entführt einen Gefängnisbus aus einem Hochsicherheitskonvoi um ihn beim Ausbruch einzusetzen Sobald die Verfolger losgeworden seid versteckt ihn in der Nähe von Sandy Shores Gut Klingt doch blendend ist doch für uns Neuer Bremsa Kürz 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 Und die anderen in Kuhnerei Dorpommer Dorpommer Dett Kürz Das geht durch die Nähe Mekko So wie es ist ein bisschen früher da aber als Munition den Kürzern Kürzern Jürgen Freitag Neumann Stadte Kürzner Kürzen von Jamaika und nur wissen nun so und so ist wenn du so eine Sitzung wird gestartet ich hab das schon da ist der die Kinder die Dresden die also hier kennt er schon mehr können euch ein bisschen so ein Kleidiger bis in Hübschmagen aufbinden wenn wir überhaupt jetzt Prozent Mimo so wie immer ein Kuhmann aber nicht sagen Stichwort ich bin bereit gut aus dass sie aus wie nach dem Kampf schon es sei zu richtigen Tussi ich weiß dass ihr so lange für eure Lamotten braucht also ehrlich man er hat er schön wenn er immer stehen und die Klinik die Idee der Anliegen der Karte auch immer was da aussuchen das Ziel Laufhoch an Klapp-Rate Klapp-Rate der Rettung die Fertigungen der Klammer als erhältlich der Klinik mit dem Jahr er ist nicht so die Stille ist erinnern ja genau die folgesehene werden wir nur am Sammeln ausrufen du hast ein gemäßt Boni Jürgen Jürgen die Mischung in dieser Bescheidung zumal es meistens von uns spült die Führung das sind die Einzelnen wie so macht er nicht nur aber noch nicht der Bus der Fertig ist gleich los vom Gefängnistrat die Mütze hier hin so etwas aber macht man ja im kurzen Schnitt überspringen und die Fahrt ohne zu lange beim Klamotten ausruhen gebraucht haben und wenn uns kurz bevor man da sind wieder zurück so schnell die Schnapp und das immer wieder auf der richtigen Pferde und die machen es nur in der Abgrund Niedelge und sagen wenn ich halte hier an bei den Heli runter halt an den Herrn wir bleiben schießen vorab ich hab den Vorwurf ich hab die Hände ich hab den Edie oder hoch immer drinnen was leute wir haben ab ich habe schon so er kommt vor allem und der Berge also hat gesehen was macht ja auf jeden Fall ganz wichtig den Helikopter unter Prozent das Problem ist so ist durch so ein Brust er ist bei mir im Grunde Sitzel und Plätze ich bin ein Blödsinn immer schön wir haben die uns den Sport die Wälder Marschall oder verschwenden und schnell genug die Folgen ab dem Leben auch schon so was das Wettbewerb die Verschiebe wenn er nur traurig ist an uns kommen die Westerner Prozent oder eine andere Anleitung mehr die Krimi und die Helis kommt vor allem vor Körner Füße und in dem ist das Leben der Dämonen zu tun so sind sie nicht mehr so was auch das ist auch so vor dem Grund der Hälfte ist auch das Wurzeln der Wurzeln der Brust für die Hälfte das kann das heißt er muss nur mit zu uns können ja ja wir wollen wir kommen wir kommen willkommen die Kumpel und die Aufmerksamkeit Martin Kino nein ich sehe das können du bist eine Markierung mit rausfinden wenn wir in der schnellen Kostasen bei gut wir haben die Kostlos kommen bekommen noch keine Laufaufbau sei erlöst Polizisten nicht abhängen alle von der Vorgabe von der Vorgabe der Ziele er darf nicht ja ich kann überlegen der zielungslager das ist auch besagt er will er auf die Karte gibt eine abkürzende die Schöne von uns und zu können das ist rechtlich das sieht man ab und es nur um hier ist rechts alle kommen wir kommen seit dem Spiel jetzt sind Schatten wenn er es jetzt schafft und vorverhältnend längst die Götter der Hälfte waren mit dem Motoren ist er halt nur vorhanden Lüttemberg zu kommen was machte Kalkulien Kalken das ist ein Lachen der Brust zocken nur direkt die Richtung beibehalten ja wir haben es mit mehreren die Lüge der Motivation war für die Regie ist mehr oder nicht gut für mich er hat das für mann immer die Aktion Sitzung so ein Volk er hat man zu machen Kumpf in Ordnung zu tun aber ohne Masse und mehr jetzt sind die Dämonie zu tun so ein einstern sie sind die Angelegenheit die Angelegenheit die Sonnenbläume die Atmosphäre Hälfte so Stürmer hier ist wir haben schon zufrieden und so wie wir in der Nähe es ist nicht nur selbst eine Räder im Sommer von Röder zu tun ich habe es sich an wir haben was wir haben es damit man möchte er hat ja nicht zu tun aber das ist die Kommen die Kündigungen und ihr euch nun muss doch wünschen okay dann können wir uns auch vor Ort aus alles noch weg wird wirst du oder so ein Stück über die Scheiße es kommt dann doch nicht vorliegen von uns es ist ein scheiß sie progärtschüberschmerzungsbomber wie alles gut haben sie doch abgelehnt die Leute hier sind alle wiederkommen willkommen er hat nur ein Stern wir sind Koma so ein Ausblick jetzt gewöhnen wie wir müssen also einige die Aktion nicht mit dem mit ihren Baumen wir sind jetzt weg ja mindestens muss gut ich habe ich habe ich habe und erweiter und ein bisschen im kreis dazu kommen so hat er noch kopf am aus so lehrt kommen nicht zu euch dann kommen nicht alles gut Portman der Gelbmarkierung und hier oben wo jetzt lang kommt und sind ganz viele Kops wir wollen müssen wir hier noch das war ein der Brust auf eine Zerstörung hier in der Mitte haben sie doch schon los aber noch immer stand und die Ablehnung und die Welt gelände uns gilt immer Schwung ist der Werner Kops abgehängt und hier ist dann der Übergabeort für den Bus das war jetzt wieder zu viel 2 Grunewald der hat uns Gott als sehr hübsch bezeichnet ob das gesehen für Sieg 17 er war über die in Herzen verdient halbe stunde flucht vor dem kopf in dem bus immerhin 19.000 ich habe nichts gekriegt weil ich bin ja der host so gut war es wieder für die heutige folge haben einen gefängnisbus gestohlen aus einem sicherheitskonvoi haben ihn zu unserem kleinen und geheimen versteck gebracht um ihn später beim gefängnisausbruch einzusetzen wir haben ja auch und damit bedanken uns bei euch fürs zuschauen wir haben wir konnten euch einige hilfreiche tipps geben und ja wir sehen uns bei der nächsten folge von absturz rock geht ja online schön mit öl so kann es sich nicht